Och nö. Na na, komm her. Friss meine Teekanone. Alter, das sind Spacken. Voll übel. Gut, hier geht's lang. Das ist wieder so ein lustiges Rätsel mit Ja, ich troll dich voll, weil du bestimmt nicht weißt, wo... Was? Was? Verdammt, grad schon wieder gehustet. Dieses Scheiß-Quatsch-Jutsu soll aus meinem... ...Hals raus. Ob dir gefallen, dass ich nie wieder hochkomme? Na, so viel zum Thema, ich bin nie wieder hoch. Ähm... Mal gucken, ob ich das noch irgendwie zeitmäßig da hinkrieg. Wo sind die andere Plattformen? Ach, da wäre sie gewesen. Okay. Okay. Oh, hi. Stirb. Ach, dann eben so. Oh, das kannst du mir bitte... Ach ja. So. Okay. Scheiße. Ups. Da hatte meine Steuerung gerade Spacken. Da hatte meine Steuerung gerade Spacken. Und natürlich war es immer die Steuerung. Niemals der Spieler selbst. Nein, natürlich nicht. Wusch. So. Ach, immer drücke ich das Falsche. Haha. Und geschafft. Und den Hebel bestätigen. Hä? Betätigen, bitte. Oh, thank you. Komme ich wenigstens jetzt durch? Nein, jetzt muss ich nochmal ganz außen rumrennen. Ah. 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 Schade. Ich hab gedacht, das klappt. Ah. Hm. 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 So. Komm schon, ich schaff das jetzt. Ich schaff das, komm. Haha. Cool, dass dieser Luftstrom mich doch noch höher in die Luft treibt, als ich gedacht hätte. So ein Kleid brauche ich auch. Haha. Unbedingt. Wenn das mit so einem Kleid fliegen kann, ist... Also ich fände das reizend. Ziemlich sogar. Hm. Es sind schon wieder 150.000 Blumen. Moment. Ich habe da etwas vernommen. Moment. Ich habe da etwas vernommen. Ich höre hier irgendwo eine Nase. Die ist irgendwo links. Ich guck mal auf der anderen Seite. Hm. 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 Was auf jeden Fall hat das Zeichen da an der Wand mir auch schon gesagt. Hier hat das... Hier. Dass hier irgendwo eine Nase ist. Aha. Ja. Gefunden. Aha. Fein. Sehr fein. Ich finde das fabelhaft. Gib mir deine Zähne. Ja. Ähm. So. Eine von den Blumen behalte ich mir hier mal. Man kann ja nie wissen. Ich bin immer noch ziemlich verwirrt. Und ich bin wieder viel zu stumm für ein Let's Plays, das... Ich glaube ich sollte hier ein Blind Walkthrough draus machen. Gut. Ich muss das... Das andere muss ich runter machen, damit ich da hoch kann. So. So. Meine Mutter brüllt wieder rum. Ich glaube unser Hund ist wieder... Sie wieder am Malträtieren. So. Jetzt ein bisschen warten, bis es ein bisschen runter kommt. So. Und jetzt. Juhu. Und geschafft. Ich glaube der Party wird wieder... Wow. Wird wieder ellen lang. Aber ich warte noch auf ein Speichersymbol. Okay. Ich glaube ich sollte hier schnell durchdashen. Nicht zu schnell. Äh. Äh. Ich habe das doch noch nicht mal berührt. So. Und so. Die sind immer zeitgleich. Und jetzt durch. So. Geschafft. Und ich habe halt alle Zähnchen zusammen. Das ist doch sehr reizend. So. Jetzt das. Jetzt kommen die. Okay. Und jetzt kann ich hier durch. Haha. Juhu. Oh. Wie zauberhaft. Geht sie sonst noch weiter? Ne. Hier muss ich rum. Okay. Äh. Hier ist wieder viel zu viel. Viel zu viel von ich weiß noch nicht mal was. Okay. Dann muss ich drauf. Oh Gott. Da hat jemand einen Flügel aufgepiekst. So kratzt es auch an. Das Wunderland zu retten bedeutet dich selbst zu retten. Ja. Das wissen wir inzwischen auch. Alles klar. Hm. Wo sind wir nun? Ah, jetzt sind wir eine Etage höher. Okay. Okay, wenn der Part hier viel zu lang wird, dann splitte ich den. Weil ich warte auf einen Speicherpunkt. Der Speicherpoint. Ich glaub sowas nennt man auch Checkpoint. Ich glaub hier könnte gleich sogar noch einer kommen. Jawohl. Ih. Ähm. Okay. Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ich hab irgendwie das Gefühl als wäre das Level hier gleich zu Ende schon. Irgendwie. Keine Ahnung. Oder hier kommt gleich noch irgendwas total Unverhofftes. Ja. Wie zum Beispiel so etwas. Okay. Das mach ich noch. Oh, alter. Ich bitte euch. Komm schon. Ich hol euch da runter. Du scheiß Huren Drecks. Viech. Gedöns. Aus der Hölle. Cool. Die T-Kanone killt das sogar instant. Ah, ja, 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 ja. Ist okay, ist okay. Schön. Woah, ja, 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 ja. Ist klar. Ist klar. Hallo, hallo. Lässt du mich immer raus? Bitte. Danke. Zu gütig. Dich kill ich. Dich kill ich. Nein. Nein. Na komm schon. Scheiße. Wenn die Pfeffermühle nichts mehr bringt immer hier mit der T-Kanone weiter. Nein, nein, nein. Ah. Äh. Kamera plisse. So, jetzt sind doch nur noch du. Ah. Schön. Vielen Dank. Zauberhaft. Wirklich sehr. Ja, muss ich schon sagen. Und meine Hand schläft ein. Ich glaube, ich sollte meine Hände beim Zocken nicht auf den Tisch legen. Ein Aufzug? Well. Huh? Ich habe nichts gemacht. Das war irgendwie eine lustige Cutscene. Okay. Wir wurden scheinbar jetzt in das nächste Puppenhaus reingeschmissen. Und hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Juhu. Bis dahin. Ciao. Ciao.